Aber, nein, ich wollte die Münzen haben, verdammt. Ja, hab ich auch. Haha, und wir können da sogar raufsleiden, ja? Entgegen der Physik mal wieder. Alter, hör auf, auf mich rumzusch... hör auf, auf mich rumzuschießen. Mein Gott, die Sprachstunden sind heute wieder à la Bonheur. Könnte daran liegen, dass es noch recht früh ist. Ich war ja heute schon früh unterwegs, ja? Halb fünf aufgestanden und dann, äh... Ja gut, ich konnte auch zum Teil nicht schlafen, das kommt noch dazu. Nicht schlafen können und dann früh aufstehen müssen, das ist immer nicht... Nein, ach nee, Mist. Nicht runterfallen, Riddler. Toll, jetzt hab ich hier mehr Münzen verloren, als ich gewonnen habe wieder. Tolle Wurst. Wo machen die denn? Was macht ihr denn für eine Party? Wow! Das kann aber nicht sein, dass man dann hier mal runterfällt. Das finde ich eine echte Frechheit. Wie kommen wir da hoch? Wahrscheinlich dort hinten, ne? Ach, du bist auch doof, Riddler, ne? Du solltest nur mal da oben dran springen. Aber ich denke, von hier werden wir da nicht drankommen. Ne, das geht nicht. Dann erstmal weiter. Was ist da? Was leuchtet da? Also noch hilft mir das hier nicht. Kann ich da einfach drauf springen oder was soll mir das sagen? Ach, du sollst doch nicht dehnen. Das ist zu weit, okay. Es gibt einen Schalter. Es gibt einen Schalter. Ne. Weißt du, manchmal ist das so undurchsichtig. Da drüben steht er. Und ich sehe auch, dass man da drüben einen Schalter zusammenbauen kann. Aber ich habe keine Ahnung, wie wir bis dort hinkommen. Äh. Doof. Schawo, doof. Ja. Tolle Sache. Gucken wir uns nochmal ein bisschen um. Vielleicht komme ich dann auch auf die Lösung. Ich weiß es gerade nicht. Kann der hier... Ach. Jetzt habe ich ihn wieder frisiert. Das ist doch blöd. Wie komme ich an den Typen ran? Kann Arnie irgendwas einfrieren? Ah, da. Man kann auf Flüssigkeiten gefrorene Plattformen erzeugen. Ja, ja. Ja, ja. Ja, das war... ...zu erwarten. Ach, Mann. Schon wieder Münzen versenkt, weißt du. Das mache ich am liebsten. Das kann ich richtig gut. So. Dann guckt er sich doch noch als hilfreicher Mitstreiter. So. Äh. Zombie. Ich baue. Ich baue. Ja, Münzen, Münzen, Münzen. Nur nicht runterfallen. Münzen. Was passiert da gerade? Ach, die lassen Flüssigkeiten ein, ne? Oder? Und nun? Hallo? Was hat sich geändert? Wow. Ähm, hallo? Was hat sich denn jetzt getan? Ich sehe es gerade nicht. Alter. Dass man so wenig Tassen benutzen kann, finde ich echt ein bisschen läppsch. Ich glaube nicht, dass es das schon war. Siehst du, das ist nämlich noch nicht fertig gedreht. Ach, aber das ist extra so, damit man wieder auf die Plattformen geht. Ich schiebe und ich schiebe und es nützt nix. Ja, das hat alles seine Richtigkeit hier. Und da drin sind wir... Jetzt muss er doch dran glauben. Der arme Wachmann, er hat sein Bestes gegeben. Ha! Hupenschrauber! Bam, Leute. Ich mache euch alle kalt. Mach euch alle kalt. Das weiß ich immer noch nicht. Moment, hier kann ich bestimmt was bauen. Ne, doch nicht. Hä? Hier kann man was bauen. Ey, Junge. Ich dachte, als Eis bist du glücklich, aber nein. Na. Ich wollte gerade sagen, das sieht doch nicht gesund aus, was da alles drin war. Okay, jetzt reparieren wir hier das Tor, oder was? Machen wir das Eis kaputt hier. Oh, nicht Arnie. Nicht Arnie kaputt machen. Was macht der denn? Ach, dahin kann er es schieben. Ah. So. Ach, ja, ist das schön. Der Ruddler macht das, ne? Ha! Vernichtet habe ich dich. Vernichtet. So. Hier sind aber noch ein paar ungelöste Rätsel. Da müsste ich irgendwie da oben lang. Und ich weiß auch noch nicht, wie ich hier hochkomme. Kann ich das Zeug auch wieder ablassen? Geht das theoretisch? Ne, das geht nicht. Das funktioniert nicht. Übernehmen kann ich da drin auch keinen. Was ist denn das für Leute? Das ist so ein Eskimo-Typ. So Leute vom Mr. Freeze. Aber das hilft nicht. Diese Erkenntnis hilft mir nicht. Moment, hier ist Stahl. Das ist, das ist nicht für den. Das ist für Robin. Ja. Ja, ich sehe das. Ich frage mich, ob wir dann hier hinkommen. Später. Weiß ich ja nicht. Ja, da komme ich aber jetzt nicht hin. Da müssen wir später sicherlich eine Brücke bauen. Was war das denn? Oh, doofer Sprung war das, ey. Meine Fresse. Naja, okay. Müssen wir noch ein paar Münzen mehr sammeln. Ist ja nicht so. Siehst du, das ist doch so ein Gerät. Der Gerät wird nie müde. Ich liebe ja diese dummen Sprüche. Das sind die besten. Ha. Kung-Fu-Karate-Riddler. Das sind noch mehr Leute. Kann ich aber nicht durch. Und die sehen mich auch nicht. Das ist ja klar. Da liegt was zum Einsaugen. Das ist auch zum Einsaugen. Ja, da ist das Gerät eben. Ist klar. Hä, ich kann das zerschlagen durch die Wand. Ach, da kann er aber was bauen. Ein Hebelchen kann er bauen. Na, jetzt benutze es doch, ey. Ah, ich müsste mich wohl erst drauf... Ne, doch nicht. Und nun? I see what you did there. Ich weiß, was wir machen müssen. Jetzt müssen wir... Sehr gut. Ah, nee, kann das jetzt ziehen. Ah, nee, dein Einsatz. Ach so, nee, der kann das runterschieben. Mal sehen, was dann passiert. Dann geht's kaputt. Okay. Nein, ich will noch nicht runter. Wir haben ja oben noch nicht mal alles. Hier hinten fehlt noch was. Komm, lass das nochmal runter. Ja, genau. Jetzt lass das nochmal rauf. Ja, genau. Los. Los. Die Stellen, wo wir mal hinkommen, die sollten wir gefälligst auch mitnehmen. Wo kann ich denn hier hin? Ah, guck mal an. Das ist aber schwer. Wie mache ich denn das? Alter. Ich hab Angst, da runterzufallen. Ja. Ja. Profi. Voll Profi sozusagen. Mehr voll als Profi, aber das ist ja auch egal. Hauptsache, das klappt. So, abwärts. Hey. Ha ja. Jetzt machen einen schon die armen Techniker hier platt. Was soll das denn? Ah, der ist nur tiefgefroren. Und nun? Da ist doch giftige Säure. Kann der da durch? Der stirbt bestimmt trotzdem. Nein, doch nicht. Haha. Jetzt weiß ich, wofür die Hebel auch immer sind. In den Leveln, wo Robin und Batman nicht hinkonnten. Ja, das wird mir eben eine Ebene, eben eine kleiner gemacht. Oh, wie er da steht. Das ist cool. Like a sir, wartet er, wie es weitergeht. Ja, ja, ja. So. Und jetzt wollen sie es wieder wissen hier. Kung Fu, ha ja. Oh, miau. Oh, oh. Oh, oh. Es gibt wieder eine Möglichkeit abzustürzen. Hä? Bin ich, wäre ich hier nicht hochgekommen? Doch, hier hätte ich auch hochgehen können. Krass. Und wo ist jetzt der Riddler? Der wartet dort unten. Okay. Ja, das macht doch Sinn, Riddler. Das hier oben ist quasi der Weg für Riddler. Unten lang hätte Mr. Freeze einfach durchgehen können. Ja, der ist mir jetzt trotzdem gefolgt. Hier, mach mal den Ofen kaputt. Kann der ja nicht kaputt machen. Bist du ein dummer Techniker? Das ist ja doch bestimmt was zum Ziehen. Ja, ja, das war gut. Ach, der muss da draufhüpfen. Ganz einfach. Und nun? Warum ruckelt das eigentlich so? Ah, ich muss da vorher schon draufstehen. Ah, ha, 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 ha. So. Ich hab Angst, dass das wieder weggeht. Ne, diesmal bleibt es. Okay. Ich hatte ein bisschen Schiss. Und das Spiel hat gerade wieder so eine Phase, wo man meint, es wäre cool, wenn es ruckelt. Wieso? Frage ich mich dann immer. Super Schurke! Ich muss ja gerade nochmal... gucken, ob der nicht doch irgendwie den Ofen kaputt machen kann. Nö. Hm. Naja, komm. Egal. Aber hier ist ein Schalter. Nein! Bau es. Danke. Kann das jetzt mal aufhören, jetzt so ruckeln? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Mr. Freeze ist an der Reihe. Das war klar. Ja, wenn man weiß, welche Techniken die können... Oh, das ist schön. Die ganze Fläche. Da, was ist das für ein Typ? Ach, der kann mit dem nichts. Der muss den hier bestimmt wieder... ...hypnotizen. Und nun? Was passiert nun? Äh... Ach, der hat uns aufgemacht. Cool, der hilft uns. Das ist geil. Sehr nützlich auch mal... ...Leute zu haben, die einem helfen. Ah, diesen Raum, den kennen wir doch... ...zu Genüge, ja? Ich weiß noch, hier bin ich mit null Münzen nach Hause gegangen. Das ist jetzt eigentlich ziemlich geil. Der Dr. Freeze, der hält hier so ein bisschen in Schach. Und wir sorgen dafür, dass die dann draufgehen im Endeffekt. Ha, zacka bumm. Bumm, zack. So. Hier sind alle aufgeräumt. Ey, da kommen wir noch mehr. Was ist das denn? Ihr Schweine! Ich komme direkt aus dem Tresor. Ne, da kommen wir doch rein. Höh? Geh mal aus dem Weg, Arnie. Arnie, ich sag, geh aus dem Weg. So, die können jetzt mal warten. Wir bauen hier nochmal die Eiskanone auf. Bringt die mir überhaupt was? Ich weiß es gar nicht. Ich kann die nach oben kontrollieren. Aber was bringt mir das? Können die hier auf mich schießen? Ne, dann kommen die runter, ihr Schweine! Die brauche ich bestimmt gleich für irgendeinen Hebel. Ha! Das ist das optimale Team, die zwei. Ha! Wie geil! Pam, pam, pam! Der sieht aus wie James Bond. Oh, jetzt habe ich ihn leider zerballert. Und den gibt es aber immer wieder! Ha, ha! Wie geil, dass er auch schießen kann. So, alle geplättet. Das nehmen wir mit. Hm, das ist ziemlich schwer. Wenn ich das klicke, geht das runter, ne? Ich will mich erst nochmal hier ein bisschen umgucken. Alter, wie das gerade ruckelt! Meine Fresse, kann wohl nicht wahr sein. Erhol dich mal spielen. Die Frames sind eigentlich okay. Normal. Aber gerade ist hier ja nichts normal. Was ist schon normal, liebe Leute? Hier kann ich ja nichts machen. Das könnte höchstens noch Robin benutzen. Kann der das irgendwie runterschieben? Nein, jetzt habe ich den runtergeholt. Ist aber nicht gut. Ich brauche einen neuen. Oder habe ich jetzt verloren? Ne, jetzt kann ich hier was bauen. Ja, ha, ha! So läuft das nämlich hier. Unter Superschurken weiß man sich immer zu helfen. Ne, ich dachte jetzt ernsthaft, ich habe gerade verloren. Ich brauche eigentlich dann nur Grün und Gelb, oder nicht? Oder brauche ich eine bestimmte Reihenfolge? Blau. Grün. Jetzt habe ich es verstanden. I see, I see. Das war doch eigentlich gar nicht mal so schwer, wenn man weiß, was man machen muss. Die Diener sind befreit. Und Mr. Freeze ist wieder ein bisschen stärker geworden. So. Was haben wir heute geschafft? In dieser Mission. Schauen wir mal. Mr. Freeze ist da. Wahrscheinlich auch... Ne, seine Freundinnen, da haben wir schon freigeschaltet. Ja, Superschurke. War null Problemo, ja. Ich denke, manche Sachen kann man vielleicht auch nur im freien Spiel freischalten. Das habe ich mir jetzt gerade so überlegt. Müssen wir dann am Ende alles mal gucken, wenn wir die Story durch haben, dass wir nochmal so 1, 2 Level probieren, wie das gehen könnte. Ich werde nicht 100% machen, denn das ist dann doch ein bisschen zu langwierig, ja. Wenn man alle Level schon mal gemacht hat, ist das ein bisschen blöd. Hurra! Und es baut sich langsam zusammen. Komm, eine geht hier noch. Oder sollen wir erstmal die Münzen verheizen? Ne, komm, eine, eine geht noch. Einer geht noch rein. Duh, 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 dum, dum. Sind wir mal gespannt. Ah, Poison Ivy. Ich konnte sie nie wirklich leiden, Ivy. Aber sie sind mir ans Herz gewachsen. Ha, ha, ha. Ah, der war gut genug für den Joker. Alter, Schwede, sind die wir zu schlecht. Fast so gut wie meine. Diese mutierten Rankensamen in den botanischen Gärten werden uns den nötigen Auftritt verschaffen. Zeit für Flower Power. Oh, eine Hippie-Tante. Das sind mir die Liebsten. Verraten. Ach, Gridler, warum hast du doch die Blume da... Die Blume... Blume plattgetreten. Sprachfehler wieder hier. Das können wir alles nicht benutzen. Die Schranke auch nicht. Ich überlege, ob es gerade sinnvoll ist, wenn das Spiel so ruckelt, hier noch, groß eine Mission zu machen. Sonst würde ich... Ne, wartet mal, das gefällt mir nicht. Also es geht ja noch, vom Ruckeln her. Aber im Moment schützt mich das zu sehr. Deswegen würde ich sagen, wir machen diese... Hör, warum sind sie jetzt die beiden? Ich hab doch gerade Poison Ivy. Ich will Poison Ivy. Nein, deswegen würde ich sagen, wir machen die Bösewicht-Mission in der morgigen Folge weiter. Also die Sprachstörung heute wieder. Nein, jetzt weiß ich, wie ich den hier bekomme. Haha! Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr auch morgen wieder einschaltet, wenn es heißt Let's Play Lego Batman mit eurem Schabo. Bis dahin. Ciao!